Er wartet auf das Interview. Die Glatze glänzt und er kratzt sich den Kopf, immer entspannt und stressfrei. Gonçal Kondösch ist 50 Jahre alt, Lehrer von Beruf und die Kunst in der Seele. Eins, zwei, drei. Aufnahme. Die Stimme stark und laut. Wisst ihr, wie ich ein Künstler geworden bin? Als ich ein Kind war, wollte ich ein Stier sein, sagt Gonçal Kondösch. Merkwürdig? Gar nicht. Das wichtigste Geschenk seines Lebens ist aus Spanien gekommen. Eine kleine Stier aus Ulms. Der junge Gonçal war von diesem Spielzeug so fasziniert, dass er sogar seine Lebensgeschichte beeinflusst hat. Gonçal Kondösch wurde in Lissabon geboren und studierte Kunst. Aber das war nicht genug. Er wollte mehr lernen und hat verschiedene Kurse gemacht. Malerei, Zeichnung, kreative Pädagogik und Psychologie. Er hat viele Ausstellungen gemacht und unzählige Preise gewonnen. Trotzdem war er noch zufrieden. Ein Künstler muss wirklich das Leben genießen und erfahren, um kreativ zu sein, sagt Gonçal. Die Liebe hat er noch in Lissabon gefunden, aber er träumte von Stieren und Pferden. Er ist gereist und vor 20 Jahren hat er endlich einen Ort gefunden, an dem er glücklich ist. Seinen Planeten Alentejo. Die Ruhe, die Leute, die Geräusche, das Essen, in der Natur reiten. Was kann man sich mehr wünschen? Alentejo ist nicht nur ein Wohnort, sondern ein Platz, an dem man wirklich wachsen kann. Auch eine neue Familie hat er gefunden. Man muss Wurzeln schlagen, um die Weltgefühle zu verstehen. Mein Lieblingskünstler ist Picasso, aber er war ein schrecklicher Mensch. Er hatte 9 Frauen und viele Kinder und keine Lust, eine echte Familie zu haben. Drei Kinder und 20 Jahre später fühle ich mich wie ein wahrer Künstler. Er kratzt sich wieder den Kopf und lacht. Sind wir fertig? Ich brauche Sonne. Ich kann nicht so lange gesperrt sein, wie ein Stier eben. Er kratzt sich wieder zu changedlernen. Und da sind sie sicher, dass es so lange gesperrt ist.